Am 15. April soll es angeblich einen neuen Rang in Rocket League geben. Und zwar den Emerald-Rang, den es zwischen Diamant und Champion geben soll. Aber stimmt das überhaupt oder ist das nur ein Gerücht? Ich habe für euch in diesem Video die Antwort. Es sind Online-Patchnotes aufgetaucht für die neue Rocket League-Version 2.3.7. Und genau dort steht es eben, es wird einen neuen Rang geben, und zwar der Emerald-Rang. Und es wird auch gegen Smurfer vorgegangen, denn dort stand gerade drin, dass ihr pro PC nur noch zwei Accounts nutzen dürft. Ja, das ist doch zu schön, um wahr zu sein, oder? Ja, ist es auch. Dieser Screenshot ist ein Fake, ja. Aber das hätte man sich auch denken können, oder als ob Psyonix wirklich irgendwann gegen Smurfer vorgehen wird. Also ja, Spieler wünschen sich einen Rang zwischen Diamant und Champion. Er wird aber am 15. April nicht kommen. Aber schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie fändest du so einen Rang? Nice oder nicht so nice?